...die Hygiene- und Abstandsregeln und bleiben Sie rücksichtsvoll gegenüber anderen Gästen. Vielen Dank! Das ist die beste Aussicht, gell? Die beste? Ja, die beste Aussicht. Siehst du? Nein. Also nicht feiner, ist im Wasser, ne? Oh. Schau mal, jetzt geht das im Wasser hin. Ach, das ist süß. Ob lange Arme hast. Oh Gott, das ist so schön. Wenn? Wenn? Ja. Oben. Oben ist es da. Kannst du mir nicht hochklettern? Guck mal! Ich setze mir fast das Handy aus der Hand. Was? Was denn? Du musst einfach mal ein bisschen auf deinen Mitmenschen achten müssen. Ich setze mir fast das Handy aus der Hand. Ich? Ja, mit deinem Pferd. Wie wäre es so schön mit den Mitmenschen? Guck mal, da haben deine Löffel sein Knätter gefunden. Guck mal, hier haben sie wirklich einen Knätter gebucht.